Babelsberg gratuliert dem FC St. Pauli. Beide Fanlager sind befreundet. Heute geht es gegen Lichtenberg 47 vor 1.700 Zuschauern. Bei einem Sieg winkt die Tabellenführung für die Filmstädter. Gagpeto bei den 47ern wieder von Beginn an mit dabei. Kam gegen Luckenwalde von der Bank und sorgte für den späten Ausgleich. Der Neuzugang vom SC Starken erzielte in der letzten Oberligasaison 17 Tore. Die siebte Minute und da ist der gleich zur Stelle. Blitzstart der 47er. Gagpeto mit seinem vierten Saisontor. Eiskalte Dusche für die 0-3er. Es ist erst das sechste Gegentor für Babelsberg. Hier zu wenig Druck auf Olu und Gagpeto macht genau das, wofür man ihn geholt hat. Babelsberg unter Zische noch ungeschlagen. Doch die Antwort seiner Jungs lässt nicht lange auf sich warten. Fünf Minuten später. Taschin Cakmak steht bereit. Schon drei Torvorlagen gehen auf sein Konto. Steinborn verlängert und Janne Sietan mit dem direkten Ausgleich. Und genau das zeichnet Babelsberg aus in dieser Saison. Die mentale Stärke. Steinborn ganz entscheidend. So kann Reiniger nicht mehr klären. Und Sietan mit seinem ersten Treffer überhaupt für die 0-3er. Lichtenberg zieht sich jetzt immer weiter zurück. Babelsberg wie gewohnt mit viel Ball besetzt. Und Seuchenbällen in die Spitze. Auf Daniel Frahn. Doch Niklas Wollert ein Fels in der Brandung für die 47er. Hier wieder zur Stelle. Gut eine halbe Stunde gespielt. Die Filmstädter Ton angeben. Wollen unbedingt mit einem Sieg heute auf Platz 1 der Tabelle springen. Daoud Iraki erhält heute das Vertrauen von Zische. Ebenfalls wieder in der Startelf. Tino Schmidt auf Cakmak. 2 zu 1 Babelsberg. In nur 22 Minuten macht Babelsberg aus einem 0 zu 1 eine 2 zu 1 Führung. Und wie wichtig ist dieser Neuzugang für die 0-3er? Cakmak mit dem Freistoß zum 1 zu 1. Und hier steht er goldrichtig. Lichtenberg stabilisiert sich dann wieder. Und wenn die Gäste mal einen Angriff fahren, dann wird es richtig gefährlich. Letzte Aktion vor der Pause. Chor auffällig heute. Max Winter. Und dann kommt der Ball zu Efraim Gagpeto. Fast mit dem Doppelpack. Sietan und Wilton spielen Billard. Doch Gagpeto verzieht. Kampfbetonte Partie. Kleines Wortgefecht. Zur Halbzeit. Alle drei Torschützen beteiligten. Mit 2 zu 1 geht es für Babelsberg bei nasskaltem Herbstwetter in die Pause. Und die Filmstädter erst mit einem Heimsieg in dieser Saison. Die Fans heute mit drei Punkten zu belohnen. Oberstes Ziel. Steinborn setzt sich gut durch gegen Reiniger. Und Steinborn scheitert am Ende am Endgegner Niklas Wollert. Die Anfangsphase in Halbzeit 2 gehört noch den Babelsbergern. Doch jetzt ist Lichtenberg die aktivere Mannschaft. Stört immer wieder früh. Die 55. Minute. Gave mittlerweile im Spiel. Auf Niklas Kaus. An der Seitenlinie. Und jetzt zündet er den Turbo. Vor Bayern sieht an. In Robbenmanier. Niklas Kaus. Der 18-jährige bei Union ausgebildet spielte U19 Bundesliga. Im Sommer verpflichtet mit seinem ersten Tor für die 47er. Und was für ein schönes. Und dann mal was aus der Rubrik Schlitzohr des Monats. Kevin Ovcarek prüft hier Klatte. Freistoß von der Mittellinie. Luis Klatte. Weit vor dem Kasten der 0-3er. Zische motiviert seine Jungs nochmal. Schlussphase. Und die gehört nur noch den Babelsbergern. Letzte gefährliche Aktion in diesem Spiel. Immer wieder ruhiger Spielaufbau bei den 0-3ern. Tom Nattermann. Mittlerweile eingewechselt. Setzt sich gut durch gegen Ovcarek. Und jetzt geht er ab. Tom Nattermann. Links läuft Nduallu mit. Und so vergeben die 0-3er eine weitere klare Torchance. Und es bleibt beim 2 zu 2 Endstand. Ich glaube, wenn wir die ganzen Möglichkeiten, die wir da haben, sauberer ausspielen und nur mal Kommunikation an den Tag legen. Nattermann auf Nduallu. Nduallu hat nicht gesagt quer oder hier oder irgendwas. Weil Natter wird dann darauf reagieren und spielt den Ball quer. Und da er nichts gesagt hat, braucht er auch nicht sich wundern, dass der Ball da nicht quer kommt. Und das sind so Kleinigkeiten, die jetzt aktuell noch ein bisschen haken. Wo wir uns ein bisschen, wir als Trainer uns sehr, sehr ärgern. Und die Spieler müssen es dann halt auch irgendwann mal checken. Und genau diese Kleinigkeiten dann auch reinbringen, um dann wirklich dann auch so ein Spiel seriös, solide nach Hause zu fahren. Weil das war es eigentlich auch. Absolut. Also es wäre gelogen, wenn wir da nicht rauf geguckt hätten. Aber wir wollten trotzdem unsere Hausaufgaben hier gegen Lichtenberg machen. Wir wissen, dass das ein eingeschworener Haufen ist. Immer eklig. Und ja, zu dem Wetter passt es auch. War ja, ein zweikampfbetontes Spiel. Ja, wo wir vielleicht unsere Konter besser ausspielen müssen. Und dann gehen wir hier als Sieger auch vom Platz. Das ist sehr, sehr schade. Ja, ich habe es genauso gesehen. Ich glaube, für die Zuschauer war das ein super Spiel. Und ich bin halt ein Stück weit stolz auf die Mannschaft, wie sie hier aufgetreten ist. Gerade in der zweiten Halbzeit dann. Gegen einen Gegner, der unter Profibedingungen trainiert und gute Individualisten in den eigenen Reihen hat. Und das haben die super, super gut gemacht. Zische hadert. Dennoch ist Babelsberg weiterhin ungeschlagen. Lichtenberg klettert auf einen Nicht-Abstiegsplatz und lebt vom Mannschaftsgeist. Das zeigt auch diese Geste nach dem Spiel. Gute Besserung an Max Wölker. Er fällt durch eine Operation länger aus.